Ja, jetzt ist da ein roter Punkt und jetzt können wir aufnehmen. Hallo zusammen, hier ist euer Jörg, euer Taschenfreak. Und zwar heute mit der Think Tank, seht ihr es so, Retrospective 7 in der Version 2. Wie ihr sehen könnt, die ist noch in Folie verpackt und ich würde sie ganz gerne mit euch auspacken und mal schauen, was sie so kann. Die Retrospective Serie, die gibt es schon ewig lang. Vor allen Dingen in diesem grünen, ich glaube, Pinestone nennen die das als Farbe. Die gab es auch eine ganze Weile lang in schwarz und in blau. Im Moment in der V2, soweit ich weiß, gibt es die nur noch in diesem Farbton. Aber sie sollen und wollen einiges geändert haben. Ich komme gerade hier aus einem Urlaub und einer Reise zurück und hatte dort meine geliebte Domke F6. Immer dann, wenn ich eine Tasche so richtig gut finde und sie auch behalte und nicht nur teste, dann kommt so ein Patch drauf. Irgendwas, was Persönliches mit mir zu tun hat. In diesem Fall den Scandinavian Explorer als Nordland-Fan. Diese Tasche ist nun wirklich randvoll bestückt mit dem, was ich jetzt alles in Dänemark in den letzten Wochen dabei hatte. Und wenn wir jetzt gleich die neue Think Tank auspacken, schauen wir mal, was da so reinpasst. Generell sind die beiden auf einem sehr ähnlichen Größenlevel. Die Retro ist allerdings die ganze Ecke schmäler. Da schauen wir mal, wie das jetzt gleich zusammenpasst. Ja, dann machen wir den hübschen Knoten mal hier unten auf. Sorry für das Geraschel im Mikrofon. Und dann sehen wir die Retro Spective. Oh, sie ist das erste Anfassen. Sie ist etwas weicher geworden. Die sind sonst gerne, so wie ich sie bisher kannte, ein wenig hart. Was sie hat, ich kann es jetzt nicht im Detail vergleichen mit der V1, weil das ist eine ganze Weile her, dass ich die in den Händen hatte. Sie hat auf jeden Fall ein Drolliband, ein Drollischieber, der nichts mit dem Rückenreißverschluss zu tun hat. Denn bei einigen Taschen ist das ja gerne kombiniert, dieses Rückenreißverschluss, dass man hier unten noch eine Öffnung hat, wo der Drolli durchrutscht. Hier ist es ein eigenes Drolliband. Wir haben auf jeden Fall, und das wisst ihr, das kennt ihr von meinen bisherigen Videos, einen Handgriff, wie wichtig der mir ist. Und dieser ist sogar gepolstert. Man kann ihn allerdings auch abmachen. Der ist hier nur eingeschlauft an der Seite und kann ihn insofern entfernen. Hier vorne sehen wir eine etwas gesteppte, hier ist nochmal so ein Band draufgenäht. Ein Schutz für die Kante. Ich denke, das soll damit etwas stabiler werden. Und wir sehen zwei Metallösen, wo man, was auch immer, Karabiner, irgendwas hier einhängen kann. Ich denke, es soll hauptsächlich aber ums Layout und ums Design gehen. Und außerdem erkennt man so die V2 auch gleich. Denn das hatte die V1 definitiv nicht. Die hatte nur diesen Überwurfdeckel. Ja, dann schauen wir mal rein. Auf dieser Seite, habt ihr gehört, hört man nichts. Und auf der Seite hört man viel, weil es sehr gut hält. Und das genau ist dieses Sound-Silencer-Prinzip, das Sinktank ja schon vor einer ganzen Weile auf den Markt gebracht hat. Man kann eben hier den Klettverschluss, den weichen Flausch hat man hier vorne, und den etwas härteren hat man oben im Deckel. Okay, diesen kann man entsprechend verkleinern oder vergrößern. Und ihr habt das gesehen, den Schutz hierfür, den kann man auch dahinter verstecken. Oder man kann ihn eben gänzlich darüber machen, dann fällt der Deckel einfach vor die Tasche und er hält nicht, weil logischerweise der Klett einfach abgedeckt ist. Also ganz, ganz super simples Prinzip. Man kann den natürlich auch einfach nur so zu einem Drittel rausschauen lassen, wenn man ihn dann runterhängt. Dann hält er nur ganz kurz, nicht so fest wie eben. Schöne Geschichte, wenn der Hochzeitsfotograf, der Klassiker, in die Kirche geht oder ins Standesamt, dann macht er den Sound-Silencer, also er macht das Ding geräuschlos, einfach zu und hat in der Kirche keinerlei Geräusche mehr. Muss dann natürlich aufpassen, dass ihm nichts aus der Tasche fällt. Klar. Der Schultergurt ist nicht abnehmbar, zumindest wenn überhaupt nur einmal. Der ist fest vernäht. Hier gibt es keine Karabiner oder sowas. Dadurch natürlich auch geräuschlos. Das Schulterpolster, wie man das von den Retrospective-Taschen her kennt, unten schön gummiert, oben ganz normal, aber auch recht dick und weich gepolstert. Durch die Gummierung rutscht es eben nicht von der Schulter, sondern bleibt an der Kleidung so ein bisschen haften. Das ist ganz schick gelöst. Ich glaube, dass das auch mit dieser Form hier ein bisschen anders gelöst ist als bei den ersten. Ich glaube, da waren es gerade streitend. Sei es drum, diese Gummierung hier, die ist wirklich, man hört es auch, die ist wirklich gut gelöst. Also, kommen wir mal zum Inneren. Was mir hier sofort auffällt in der Tasche, sie hat jetzt einen Reißverschlussdeckel. Also, wir haben hier am Deckel selbst nochmal einen kleinen Deckel, den man hier hineinwerfen kann und diesen wiederum kann ich mit einem Reißverschluss, so wie ich es hier sehe, das kennt man auch von den Spektral-Serien, von einigen anderen Think Tank-Serien, den kann ich dann hier zumachen. Das ist kein doppelumlaufender Reißverschluss, der hat also nur einen dieser kleinen Pömpels, die man hier rumziehen kann, aber so ist das Innere auf jeden Fall richtig fest geschützt. Hier kommt nichts rein, allerdings braucht man natürlich zum Öffnen, das ist mit einer Hand wieder ein bisschen schwierig, eher zwei Hände und man braucht eben auch einen kleinen Moment. Das Ganze kann mit diesem kleinen Klettverschluss hier oben am Deckel befestigt werden oder wahrscheinlich auch in dieses Fach hier reingestülpt werden. Wie dem auch sei, wir machen das mal so, wie es sein soll, am Deckel hier fest und damit ist der Deckel ein ganz normaler Überwurfdeckel, wie wir ihn bisher auch kannten. Fällt mir gerade auf, dieses Fach hier im Deckel, das ist glaube ich relativ neu, sodass man hier oben auch nochmal Sachen so reinstecken kann, also der Klassiker, das Handy, da oben drin verstauen kann. Es hat innen drin einen kleinen Klett, dass es nicht rausfällt, aber wenn man diesen Deckel da dran pappt, hat man quasi nochmal einen Schutz, dass es hier an der Stelle auch nicht einfach so hinausrutschen kann. Damit ich es nachher nicht suche, hole ich es lieber wieder raus. So, dann schauen wir mal in das Innere. Laut der Homepage von Think Tank soll hineinpassen eine Standard-DSLR, ein 10-Zoll-Tablet, ein 13-Zoll-Notebook, 24-70-28, 70-200, nicht an der Kamera, unattached, ein Blitz, also zum Beispiel so eine Nikon D750-850 mit 24-70 kombiniert und 70-200 und noch einen schönen Blitz dazu oder auch die Mavic-D-Drohne. Schauen wir mal uns die einzelnen Fächer an. Wir haben hier das Notebook-Fach, das ist nochmal geschützt. Ich möchte gerne mal wissen, diese Dinge haben ja alle Hersteller irgendwie, wie viele Menschen ein fliegendes Notebook haben, das hier rausrutscht. Ist mir noch nie passiert, mich stören die eher, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen mache ich die meistens auch nach innen und mache die fest, sodass hier das Macbook oder das 14-Zoll-Windows-Notebook angegeben ist es für 13-Zoll. Also wird es mit einem Ultra-Book vielleicht auch in der 14-Zoll-Serie klappen, aber da schaut bitte auf die genauen Maße. Die sind 31 mal 22 mal 2,5 vom Hersteller angegeben. Das ist auf jeden Fall das Notebook-Fach. Dann finden wir hier innen drin einen Karabiner am Stoffband, klassisch Schlüssel, Speicherkartentasche etc. pp. Wir finden die klassischen Inneneinteiler, die Trenner, die oben dann wieder diese... Du bleibst hier. Warum bist du eigentlich nicht fest? Ha! Da haben wir doch eine Befestigung. So. Diese Trenner, die eben hier auch so halb nach oben geklappt werden können, dass man da noch andere Sachen darunter stecken kann. Wir finden, wie bei Sinktank üblich, jede Menge dieser kleinen dünnen Trennwände dabei und wir haben an der Vorderseite in der Innentasche auch hier nochmal so ein Teil, das man wieder verstecken kann und haben dann auch hier nochmal eine größere Innentasche. Das war das Innenfach. Da gucken wir gleich mal, wie das so alles reingeht. Ich befürchte, ich werde den Inhalt meiner Domke F6 hier nicht reinbekommen. Kann auch nicht, denn die Domke F6 ist so viel tiefer. Aber es soll ja eine kleine Handliche, denn die 7er gibt es ja auch nochmal größer, wer eben mehr reinkriegen will. Das ist ja die 7er, die ich mir ganz bewusst aufgrund dieses Layouts und dieser Größe ja geordert habe. Die Fronttasche, die auch wieder mit dem Klettverschluss gesichert ist, aber auch diesen kann ich wieder nach innen klappen. Die beinhaltet das Regencape, das wie so oft hier, ich zeige es euch nochmal, hier verbunden ist. Da ist eine kleine Schlaufe in der Innenseite und da kann das Regencape mit einem Klett entsprechend festgemacht werden. Ich bin schönwetterfotograf und habe auch ohne Regencape noch nie eine Kamera irgendwie durch Regen verloren. Deswegen weg mit dem Ding, ich nutze es nicht. Hebe es aber dann nachher wieder auf und hebe es gut auf, falls irgendwann jemand anderes mal in den Genuss dieser Tasche kommt, gehört es dann natürlich dazu. In der Innentasche, in der Fronttasche, nicht Innentasche, in der Fronttasche finden wir den Klassiker Speicherkarten, Etui, Visitenkarten, Stiftfächer, Smartphonefach. Wir haben hier jede Menge und die Tasche ist, wie ihr seht, relativ weit durch diese Dehnfuge hier ausklappbar. Da passt also auch mal gut ein Buddy von der Nikon D5 oder sowas hier vorne rein, den man einfach so ohne Objektiv da vorne reinwerfen will. Oder andere Sachen, wir packen es gleich, wir werden es sehen. Hinter diesem Flap vom Klettverschluss finden wir nochmal eine gesicherte Reißverschlusstasche, eine ganz normale Innentasche, der Klassiker fürs Portemonnaie, für irgendwas, was ein bisschen mehr geschützt sein soll, eben durch diesen Reißverschluss. So ihr Lieben, jetzt habe ich euch die Tasche so in der Form erstmal vorgestellt. Jetzt neige ich die Kamera mal ein bisschen nach unten und schneide mich ab, damit wir beim Packen besser hier reinschauen können. Und dann packen wir sie. Bevor wir dazu kommen, vielleicht noch einen kurzen Blick mal an die Seiten, denn da hat sich auch was in der Serie 2 geändert. Wir haben hier eine sogenannte Dehnfuge, die kann über diese Metalllasche, ich zeige es euch mal, ich komme mal ein bisschen näher, hier geöffnet werden und damit kann das geöffnet werden. Und damit haben wir hier richtig Platz, dass hier also eine schnuckelige Wasserflasche beispielsweise hier reinpasst. Das ist jetzt eine große 1,5 Liter Flasche, aber selbst die kann man gut an der Seite jetzt hier verstauen, in diesem Fach. Natürlich passt hier auch mal ein Objektiv rein. Das Ganze ist auch nach unten hin gepolstert, eben genau dafür, wenn ihr mal schnell ein Objektiv mehr braucht für ein Shooting, was ihr sonst vielleicht nicht dabei habt, kann man das hier gut machen. Diese Option, dieses Faltbare, gibt es allerdings nur auf der einen Seite, habe ich gesehen und nicht auf beiden Seiten. Eigentlich fast schade, aber das ist eine echt schicke Sache, es fällt kaum auf, es macht die Tasche nicht groß oder größer, aber ich kann sie mal schnell expandieren für ein größeres Fach. Auf der anderen Seite ist das nicht und wir sehen hier den umlaufenden, der wirklich unten durchgeht, auch durch den Boden umlaufenden Gurt, sodass hier also wirklich auch schwere Beladung rein kann, ohne dass da irgendwelche Gurte ausreißen. Die Sinktank Taschen, die Retrospective Serie, wer die schon länger im Einsatz hatte weiß, die können viel ab. Ich hatte über mehrere Jahre die Sinktank 30er im Einsatz für Hochzeiten. Die hat dann schon an den Ecken richtig patina bekommen, aber die hat nichts gehabt, weil die Dinger, die sind echt, ihr seht das auch, hier gibt es auch mit Fingernägeln, hier gibt es keine Kratzer, die sind sehr robust. Sie sind am Boden relativ stabil, hier ist ein festes Teil und man muss schon viel Kraft aufwenden, um den zu knicken. Das erhält die Form dieser Taschen, aber sie sind in Summe, das seht ihr jetzt in meinem ganzen Video, ansonsten trotzdem knauschig. Und genau das, da stehe ich drauf, weil sie sich dann eben beim Tragen auch an den Körper anschmiegen oder eben auch mal richtig dick machen können, wenn mal mehr rein soll. Soviel zur Vorstellung. Ich finde die Tasche sensationell. Ich mag die sehr. Ich mag aber auch die Farbe sehr. Ihr seht, Farben sind ja auch so ein bisschen mein Ding. Ich glaube, der eine oder andere würde sie sich auch in Schwarz wünschen. Ich fand auch das Dunkelblau sehr, sehr cool. Weiß nicht, ob Sinktank da noch was bringt. Die Frage hatte ich dem Marketier von Sinktank in den USA schon gestellt, noch keine Antwort bekommen. Schauen wir mal. Jetzt neige ich die Kamera etwas runter und dann beladen wir mal und dann gibt es mein persönliches Fazit. Bis dahin, bin gleich wieder da. So, ich glaube die Kamera ist ein bisschen tiefer. Jetzt trinken wir erstmal aus meiner selbstgemachten Tasse, hier eigenes gemaltes Motiv und so. Erstmal einen richtigen Cappuccino und dann machen wir uns ans Packen. Hattet ihr schon einen Kaffee? Holt euch doch schnell einen, dann belade ich so lange die Tasche. Ich stehe sowas von auf Cappuccino. Ihr Lieben, hier ist die 7. Retro. Noch nichts verändert am Layout und hier ist die Domkirb F6. Hier habe ich jede Menge drin, was auch zum Teil dringend wieder mitgebracht wird. Fangen wir mal an. Mein 8 bis 18, das Weitwinkel. Das würde ich jetzt unten versuchen, wahrscheinlich mal mit umgedrehter Gegenlichtblende unten quer reinzulegen und ein anderes Teil darüber zu machen. Dann haben wir das 100 bis 400 oder umgerechnet 200 bis 800, war eine echt schwere Rechenaufgabe. Mein Tele, muss auf jeden Fall mit. Dann haben wir, und jetzt sehe ich schon, wird schon schwierig, weil mein 40, mit der tollen Gegenlichtblende, mein Olympus 40, 150, gebe ich jetzt mal ebenso hier nicht einfach dazu. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ich stelle es mal ins Hauptfach und muss jetzt schon nach den Einlegeteilen gucken, was da so dabei ist, ob ich mir da was basteln kann. Raschel, 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 raschel. Also hier sind dabei ein langes und drei kurze. Und da schauen wir mal, ob ich mit den kurzen hier gleich was anfangen kann. Wenn wir das jetzt mal nach oben machen. Ich zeige euch auch gleich alles, was ich hier so tue. Das ein bisschen nach da drüben packen und das hier unten jetzt abpolstern. Kennt ihr das? Das ist immer so wie das typische Taschentetris. Mal schauen, ob alles irgendwie reingeht. Das Schlüsselbändchen, das werfen wir uns mal hier vorne in das Innenfach rein. So, und jetzt hätte ich hier Platz für die Kamera. Vielleicht muss ich hier auch das so machen. Oh, die passt gut noch hier rein. Das passt gut, das passt gut, das Objektiv ist geschützt. Jetzt habe ich in der Tasche tatsächlich schon nichts mehr drin, außer meiner Ersatzkamera, die GX. Die könnte ich, wenn ich wollte, vielleicht sogar hier da runterlegen. Denn Platz wäre hier genug unter dem 100-400er. Wenn das geht, schauen wir mal. Ja, die liegt gut da unten. Müssen wir natürlich jetzt abschützen, wenn wir was anderes da draufstellen. Sonst gibt es da Kratzer, das mögen wir ja nicht so. Und da ich das wirklich nur als Backup-Kamera dabei habe, kann die ruhig unten drin liegen. Und ich kann die dann in Ruhe raussuchen oder rausholen, falls die Hauptkamera da mal einen Stress macht. Und jetzt stellen wir das 100-400er oben drauf. Und das geht auch noch ganz gut. So ist jetzt erstmal alles, was im Hauptfach war, tatsächlich auch in dieser Tasche. Das iPad, das kann man logischerweise hier vorne reinstecken. Ich glaube, dafür ist es auch gedachtes Fach. Wenn man hinten noch das Notebook, diese Gummierung an diesen Smart-Keyboards und an den Hüllen, die macht es manchmal echt ein bisschen schwierig, was rein- und rauszustecken. Denn Platz ist da genug. Ah, jetzt hat es gehangen. So, jetzt haben wir also das iPad hier drin. Ich zeige es euch mal. Hier ist das iPad mit meinem Stift, mit dem Smart-Keyboard drin. Hier ist immer noch Platz für ein MacBook, was ich selten jetzt tagsüber mitnehme, weil ich mache mittlerweile wirklich alles mit dem iPad unterwegs. Hier ist drin das 100-400er, das große Tele. Darunter die GX9, also die Backup-Kamera, die unten quer liegt. Hier ist drin das 40-150, dessen Gegenlichtblende mich um den Verstand bringt. Denn die fährt immer automatisch aus. Leute, es sieht ja toll aus, aber das ist ein Schwachsinn. Aber das Objektiv ist so gut. Wie dem auch sei, das kommt in die Mitte, ist geschützt durch die zwei Trennwände. Hier ist die G9 mit dem 12-60, also meine Haupt-Reise-Kamera. Und darunter ist das 8-18 und das eben auch, wie ihr sehen könnt, geschützt mit so einem kleinen Querboden. Die Kamera kann ich natürlich einfach so hier reinstellen, die kann ich so rum da reinstellen, die kann ich quer da reinstellen. Also da ist echt Platz und die hat ja schon fast DSLR-Ausmaße. Also hier würde auch ähnliches Volumen jetzt mit den DSLRs reinpassen. Dadurch, dass ich das iPad vorne habe, neigt die Tasche jetzt, ihr seht, so ein kleines bisschen, sie kippt noch nicht, aber sie neigt dazu. Da ich kein MacBook dabei habe, mache ich das iPad natürlich hinten hin. Und schon steht die Tasche super stabil, wie sie stehen muss. Und ich habe das komplette dehnbare Frontfach hier vorne noch frei für, denn da ist in der alten Tasche auch eine ganze Menge drin, was noch mit muss. Die GoPro mit dem Handgriff, ich liebe das Ding total, die muss natürlich mit. Die stellen wir mal da an die Seite. Und dann haben wir, das kennt ihr schon, mein Headset-Täschchen mit den, wie immer gezeigten, tausenden von kleinen Kabeln. Lightning-Adapter, Kopfschmerztabletten, kleines Notizbuch, kleiner Stift ist da mit drin. Nutze ich total gerne. Das Teil gibt es leider nicht mehr. Ich bin oft gefragt worden, ja, gib uns mal den Order-Code. Das war tatsächlich, ich nenne das auch immer deswegen Headset-Täschchen, das war mal von Bose mit dem normalen Headset. Einzel gibt es das dort leider nicht mehr. Ich hege es wie mein Augapfel, weil das so viel reinpasst und das Teil so super bequem ist. Stellen wir hier mal neben die GoPro. Dann haben wir, ich muss ja echt viel Kopfschmerzen haben, reden wir nicht drüber. Dann haben wir Leatherman. Für mich auf Reisen unabdingbar, habe ich immer dabei und auch schon oft gebraucht. Wir haben Think Tank, Speicherkartentechnik und Mindshift-Gear, also auch Think Tank. Was ist das eigentlich? Ah, das ist mein GoPro-Ersatz-Täschchen. Zwei Akkus, Speicherkarten für die GoPro. Hier Akkus für die G9. Was haben wir noch? Oh, ich reise scheinbar gerne wirklich bewaffnet, weil hier ist noch ein Leatherman. Na gut, lassen wir das. Mein Stativwerkzeug ist von Novoflex mit allen möglichen kleinen Imbus-Teilen. Kommt auch hier rein. Zack. Ihr kennt das, iPhone, iPad, Strom hat man nie genug. Deswegen trage ich tatsächlich mittlerweile wirklich immer dieses Teil mit mir rum. Und habe es auch schon oft mal eben schnell gebraucht. Stecken wir auch noch da vorne rein. Das passt gut an die Seite. Und dann haben wir noch meine Speicherkarten. Und für die Speicherkarten haben wir ja vorhin gesehen, haben wir sowas hier. Und da klinke ich das mal ein. Und damit sind die auf jeden Fall mal gesichert, dass die nicht mal eben so einfach wegkommen, weil sie hängen ja an der Tasche. Und das werfe ich hier vorne in dieses Innenfach. Dann machen wir das noch ein bisschen zu. Da kriegt die Tasche etwas mehr Stabilität. Und wie wir sehen ist, jetzt auch mit dem Putztuch tatsächlich alles in dieser Tasche drinnen, ohne dass ich irgendwo stopfen, kneten oder wursten musste. Je nachdem, welche Formulierung ihr gerne hättet. Und es ist alles drinnen. Wir haben jetzt vier Objektive, zwei Kameras, iPad mit Keyboard, die GoPro, Akkus, Werkzeug, Netzteil. Alles drinnen und es ist nicht eng, wie ihr sehen könnt. Jetzt machen wir diesen Sound Silencer mal wieder weg. Schnell, zack, zack, zack. Der gehört da rein, weil wir sind heute nicht in der Kirche und auch nicht im Standesamt. Und wir wollen, dass es richtig fest hält. Das heißt, den Sound Silencer da rein, den Deckel hier drüber. Und dann haben wir am Handgriff eine vollbeladene Think Tank Retrospective V7, V2. In der neuesten Generation mit einer mächtig voluminösen Ausstattung. Und das Ganze sieht richtig schick aus. Leute, mein persönliches Fazit, ich finde die geil. Und ich bin mir sicher, auch hier kommt so ein Patch drauf, denn die gebe ich so schnell nicht mehr her. Ihr wisst, ich stehe auf Ledertaschen. Think Tank hatte mal die Retrospective Serie auch mit Leder. Hat sich meines Erachtens damit nicht mit Ruhm bekleckert, denn das Leder war super anfällig. Einmal so gemacht, verkratzt. Die Stofftaschen, die sind super robust, die schützen es. Die haben einen Handgriff, die haben einen super coolen Schultergurt. Die haben ein Drolliband, die haben ein Rückenfach fürs Smartphone. Es ist alles super edig verarbeitet, aber robust. Man schämt sich nicht. Man schämt sich in der Kirche mit der Stadt nicht. Man kann aber genauso gut durchs Dickicht im Wald klettern und kriechen. Küste, Berge, Flugzeug, egal was, Handgepäckmaße, kein Problem. Die könnt ihr überall mitnehmen und habt immer noch, nicht vergessen, das Seitenfach, was man expandieren kann, immer noch offen. Regenhülle gehört dazu. Ich glaube, hier bleiben keine Fragen offen. Schaut sie euch an. Ich verlinke die Herstellerseite unten drunter. Retrospective, wer noch keine Fototasche hat oder eine Tasche sucht, in dieser Form. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ich finde sie toll. Sagt mir, was ihr von ihr haltet. Schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Dankeschön. Hier war euer Jörg, euer Taschenfreak. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.